Moin und herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Wir spielen wieder der Escapists und ja, ich habe gerade eben versucht wieder ein Video aufzunehmen, die Aufnahme ist aber leider verschwunden gegangen und ja, jetzt habe ich nichts mehr. Ja, deshalb uns wieder von vorne aufnehmen. Ich kann euch kurz sagen, was ich bis jetzt alles gemacht habe. Eigentlich nicht recht viel. Ich habe nur eine Metallplatte gefunden, die wir brauchen, um die Hechte nochmal. Wie heißt denn das nochmal? Ah, um die Schaufel zu machen. So. Und ja. Warte, warum komme ich da nicht durch? So. Und da. Es ja auch verschiedene Räume gibt. Würde ich gerne mal, wenn keiner hinguckt, in die ganzen Räume gehen und mal gucken. Dann ist das schon wieder. Was ist das für ein Tunnel? Den müsste ich irgendwie mal verfolgen. Gut. So, was ist hier drin? Pfefferminzbonbon, Teddybär, schmutzige Klamotten, Feuerzeug, Nagelpflege. Okay, das ist einfach nicht das. Sorry, 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 sorry. Die spannende Verfolgungsjagd der Welt. Komm, den krimm ich doch. Ah, was hat denn er so schönes? Was ist das? Feuerzeug. Nummernschild. Fächer. Keks. Fächer. Okay, da war ich dran. Oder? Ja, 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 Entschuldigung, ich bin weg. Ich bin weg. Guck. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Man ist verschwinde. Okay. Folie, Klebstoff, Feuerzeug, Tasse, DVD, Lila Magazin. Okay. Was ist hier drin? Mal nachschauen. Am besten, wenn er in der Lage fällt. Holz. Holz. Jetzt nehmen wir uns auch mal mit. Oh Gott. WhatsApp geht heute also wieder ganz toll ab. Talcumpuder. Talcumpuder. Was ist das? Kenne ich nicht. Holz. Zahnbürste, Tasse, Feuerzeug, Würfel. So, okay. So, ich probiere dann gleich mal wieder, die Nacht wach zu bleiben. So, okay. Jetzt ist es dunkel. Ich breche ein. Bitte bemerke nichts. War ich da nicht gerade eben dran? Dann gehen wir zusammen. Ich muss mir merken, dass dort das... Was ist eigentlich das? Wo bin ich? Hä? Ah, ah, nein! Ach, schade. Ach, es wäre so cool gewesen, wenn es funktioniert hätte. Na gut, aber außer einer Eingangssperre ist ja nichts. Und das Holz und Blech habe ich ja weggelegt. Okay. Was ist das für ein Rohr? Okay, dort ist nichts mehr drin. Habe ich es dort reingelegt? Nein. Wo habe ich das Blech reingelegt? Habe ich es überhaupt hier irgendwo reingelegt? Nein, das Holz ist auch weg. Hm? Wo ist mein Holz hin? Was ist das? Ein Kamm, Klebeband, Nagepfleile, Tinte, Kartenpaket, Seidentuch. Ja, ich gehe schon raus. Ich gehe schon raus. Ey! Oh! Also wirklich. Okay. Kann ich was zum Arzt machen? Nein, kann ich nicht. Okay. Nein. Verdammt, ich habe das Metall verloren. Mist. Das ist schlecht. Wie kriege ich das wieder? Ich stelle mich mal da. Ich stelle mich mal kurz dazu, um nachzudenken. Okay. Schwierig. Schwierig. Ist alles ziemlich schwierig, muss ich sagen. Oh Gott. Die waren schon mit dem Stress mit mir. Oh, Besteck. Ach, come on. Hauen ab. Hauen ab. So, okay. Besteck. Löffel. Ich kann ja versuchen, mich mit einem Löffel freizubuddeln. Da ist wieder dieses Zeichen. Hä? Wo war ich denn jetzt? Ah, ich bin dann auf dem Tisch drauf. Verstehe. So. Aha. Okay. Jetzt darf ich auch wieder raus. Kann ich raus? Komm schon. Hier? Ach, come on. Nein. Gerade war es richtig. Ach. Nein. Nein. Okay. Das ist mit den Snipern gemeint. Okay. Aber sie haben mir mein Löffel nicht abgeholt. Das ist cool. Okay. Jetzt darf ich nur noch nicht sterben. Also, die Viechheit über mich. Nein. Hört auf. Okay. Wenn man gerade davon redet, kommen die natürlich schon wieder. Ach. Das ist doch so der Größte. Also wirklich jetzt mal. So. Also. Jetzt gleich wird Arbeit sein. Und danach wird Sport sein. Oder Mittagessen. Und danach wird es Abend sein. Und abends, wenn keiner draußen ist, kann ich ausbrechen. Warum ist das schon wieder Frühstück? Vielleicht schaffen wir es heute tatsächlich auszubrechen. Wäre natürlich recht wünschenswert. Achso. Kaufen. Ach. Was wollt ihr? Warum verplötelt ihr mich jetzt? Ich habe noch nichts gemacht. Ja. Toll. 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 Boah. Bitte, 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 bitte. Okay. Morgen Freizeit. Schon wieder? Ich glaube, ich sitze in der Zeitschleife fest. Kann das Sinn? Oh, was ist das für ein lustiger Kauz? Hallo, lustiger Kauz. Komm mal her. Hallo, 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 lustiger Kauz. Wer bist du? Ähm. Der Zirkusdirektor. Was kann man mit dem Zirkusdirektor? Hallo, Zirkusdirektor. Hallo. Bleib mal stehen. Hallo. Nein, okay, mit dem kann man nichts machen. Puh. Der Löffel ist das Wichtigste in diesem Spiel. Mit dem könnte ich es schaffen, auszubrechen. Ich sprühe mal so lange vor, bis Nacht ist. Kann ich auch in Freizeit arbeiten? Ja, das geht. Sehen Sie mal, Officer, ich arbeite auch in der Freizeit. Bin ich nicht ein guter Mensch? Ah, okay, das bringt aber rein gar nichts. Wenn ihr mal oben auf das Blitz guckt, auf meine Energie, dann seht ihr, dass sie runter geht. Wenn ich mir Katzen-Videos anschaue. Das zeigt natürlich nochmal, wie toll das Internet doch eigentlich ist. Also entweder mag er mich oder er hasst mich, Alva nur. Hau doch ab. Ich tu dir nichts mehr. Du bist wertlos für mich. Verschwinde. Ich brauche dich nicht mehr. Bitte. Nö. Oh mein Gott, wenn man mal auf Grün-Braves Meinung zu mir guckt. Pssst. Okay. Da kann ich es einigermaßen ja verstehen. So, okay. Abendessen. Jeden Moment ist es soweit. Ich bin am Überlegen, soll ich mir noch einen Nebenlöffel mitholen? Wenn es mit dem Löffel nichts werden sollte. Grimwave, alter Freund. Okay, nein, ich setze mich nicht dazu. Okay. Abendfreizeit. Erstens. Ich hole mir mal noch zwei Löffel mit... Oh, ein Messer. Was ist das? Plastikmesser. Okay, nein, das brauche ich doch nicht. So. Okay. Du da. Bleib stehen. Ich möchte mit dir reden. Schlagstock für 60. Das ist der Hilfekasten. Schraumschlüssel. Okay, du kannst weitergehen. Du da. Bleib mal stehen. Kev. Kev. Ja, na, ja, jetzt brauch ich das Blech auch nicht mehr. Oh, Leute. Es wird langsam dunkel. Bald ist es soweit. Oh, Grimwave. Herr Polizist, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Bleibst du noch stehen? Wow, es ist in der Zitat. Also, der Arzt. Der Arzt. Sie sind ein sehr netter Mensch. Okay, Aufnahme läuft wieder. So, okay. Ich habe mich jetzt mal hier drin versteckt. Und hier warte ich jetzt mal. Bis es losgeht. Mit der Nacht. Bis alle schlafen gehen. Und ja. Finde ich, ist eine sehr gute Taktik. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich dann schlafen gehen soll. Oder es sofort anfangen soll. Ja, das ist eine Frage. Naja. Wir sehen uns gleich wieder. Mist. Ich habe eine Ausgangsstärke für zwei Minuten. Okay. Muss ich halt eben noch zwei Minuten lang warten. Wie jetzt? Wie jetzt? Der Streckel ist unterwegs. Okay, ja, ja, ja. Okay, ja, ja, ja. Halt. Ich komme nicht raus. Bewege dich. Nein. 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 Ich gehe doch. Huuu. Nein. Wieso? Es hätte doch so schön werden können. Okay. Gleich sind wir wieder an der Stelle. Wo ich ausbrechen kann. Dieses Mal werde ich was eigentlich so machen, dass ich aus... Also, dass ich erst schlafen werde. Und dann erst die halbe Nacht über schlafe. Oh, du Kleiner. Autsch. Ja, man sieht es. So, Leute, okay. Ich bin jetzt draußen. Mist. Mist, 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 Mist. Habe ich vergessen, dass hier ja zu ist. Da gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Ähm. Was ist das, ob die Sniper jetzt immer noch draußen sind? Das ist doch so dumm einfach. Also, jetzt mal... Boah. Ich warte doch jetzt nicht schon wieder die gesamte Zeit über, bis wieder Nacht ist. Also, Leute, wirklich so lange habe ich für eine Folge noch nie gebraucht. Das wird auch, glaube ich, wirklich die längste Folge, das längste Video werden, was man hier auf diesem Kanal sieht. Also, Entschuldigung, wenn es so lange wird. Aber, oh mein Gott, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, ist sehr schwierig. So, Leute, wie ihr seht, Abenddepal, Darpel, keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall ist das jetzt kurz, bevor die Nachtruhe beginnt. Seht auch oben rechts im Ecke, ich werde gesucht. So, wir müssen jetzt ganz kurz warten, bis Nachtruhe ist. Nachtruhe. Ne, Ausgangssperre. Ich warte die Ausgangssperre mal noch ab. Okay, weißt du was? Ich fange an. Mehrere Löffel habe ich. Mist, bitte. Bitte funktioniere. Nein. Nein. Ich hätte mir mehr Löffel mitnehmen müssen. Ja, komm, töte mich. Verdammt. Okay, Leute. Da, ich werde es wahrscheinlich heute leider nicht mehr schaffen, ähm, ja, hier auszubrechen. Dafür aber wahrscheinlich morgen. So, ich werde hiermit diese Folge mal beenden. Und würde dann mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ja, dann einmal auf Wiedersehen, bis morgen und tschüss.